Habe ich gemerkt, dass viele Leute das Trading zu ernst nehmen. Die Sache ist halt, mit diesen Meme-Coins, meistens sind die immer Scam. Coffee Silla hat ein Video gemacht zu Andrew Tate. Hast du gesehen? Hab ich gesehen. Scam-Coins von Andrew Tate. Wirklich eine Weltwährung, die, sag ich mal, unkontrolliert ist, wird nicht existieren, meiner Meinung nach. Wenn du Bitcoin kaufst und wirklich an Bitcoin glaubst, dann behalte auch Bitcoin. Aber kauf keinen Bitcoin und praise Bitcoin, damit du am Ende wieder in Euros umtauscht, damit du dir irgendeinen Lifestyle finanzieren kannst. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Wenn du das aber nicht für dich nutzt, dann bist du einfach nur jemand, der auf dieser Welt konsumiert und du nimmst den Leuten etwas weg, die wirklich Fortschritt anstreben. Ressourcen und dies und bla und jenes. Und dann, ja, brauchst du dich auch nicht wundern, dass du, wie gesagt, ein miserables Leben lebt. So, Freunde, erster Podcast. Ihr habt lange drauf gewartet, ihr habt euch es gewünscht. Wir haben gesagt, er kommt und jetzt ist er da. Und mit wem könnte ich die erste Folge besser starten als mit Pano? Genau. Endlich geht es wieder los. Podcasts sind wieder am Start nach längerer Zeit. Ich glaube, über ein Jahr ist es schon her, der letzte Podcast. Ja, und seit über einem Jahr. Holy shit, was ist alles passiert, ne? Ja, übelst viel. Und deswegen, ja, kam auch kein Podcast und kam auch wenig Content, weil wir eben so viel Shit gemacht haben und so viel zu tun hatten und immer noch. Aber, ja, ich sag mal so, jetzt ist ein bisschen mehr Flexibilität da, weshalb wir jetzt auch die Möglichkeit haben, Podcasts abzufilmen, wieder Content zu machen und so weiter. Und, ja, und wie könnten wir einen Podcast besser starten, als wenn wir einfach mal wieder von neu alles ein bisschen aufrollen? Ich hab mir ein paar Fragen ausgesucht für Pano. Pano hat sich ein paar Fragen für mich ausgesucht. Und ich würde sagen, wir stellen diese Fragen einfach mal. Die sind ein wenig persönlich. Ich weiß, wie gesagt, ich kenne seine Fragen nicht und er kennt meine Fragen auch nicht. Aber die sind ein bisschen persönlich. Darauf haben wir geachtet. Und danach noch ein bisschen mehr Grund legen. Falls wir überhaupt noch dazu kommen, wenn wir überhaupt nicht jetzt mit den ganzen Gesprächen ausatmen, irgendwelche anderen Thematiken und so weiter. Und so sieht's aus. Hättest du sonst noch irgendwas zu sagen, bevor wir einfach mal loslegen und anfangen zu talken? Nee, ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Und ich würde sagen, wir fangen auch eigentlich direkt an. Okay. Und ich würde mir das recht vornehmen, direkt die erste Frage stellen. Und ich glaube, das ist auch so die wichtigste Frage. Beziehungsweise, es wurde schon öfters in den Vlogs erwähnt, aber Superior Trading Academy geswitcht zu Superior Life. Ich würde mal sagen, es wäre mal ganz gut, wenn du mal wirklich klar offenlegst und sagst, okay, warum der Switch? Was hat das auf sich? Warum jetzt so viel neuen Content rein? Weil vorher war das ja wirklich nur fokussiert auf Trading. Ist überhaupt noch Trading ein großer Bestandteil in Superior Life? Weil es waren ja auch einige Fragen, die Leute da gestellt haben. Und dementsprechend, was ist auch das Endgoal von Superior Life? Okay. Gut. Große Frage. Also, Superior Trading Academy ist geswitcht zu Superior Life. Das war sowieso schon die ganze Zeit die Idee. Ich wollte nicht einfach nur eine Plattform gründen, beziehungsweise aufbauen, wo einfach nur Trading thematisiert wird. Denn Trading ist einfach nur der Money-Making-Skill. So, und Geld machen ist nicht alles im Leben. Und deshalb habe ich mir schon lange überlegt, den Switch zu machen. Schon als die Superior Trading Academy noch komplett so gesehen am Laufen war, habe ich schon die Pläne, sage ich mal, langsam in die Wege geleitet, den Switch zu machen. Schon im Hintergrund sehr, sehr viel daran gearbeitet und so weiter, um einfach mehr hinzuzufügen. Denn ich habe schon mit etlichen Leuten zusammengearbeitet im Trading, auch mit 1-zu-1-Coaching in der Gruppe und so weiter. Und habe halt einfach gemerkt, okay, das Trading ist ein Skill, wo du deinen eigenen Verstand brechen musst. Aber nicht jeder Mensch hat diese Qualitäten oder nicht jeder Mensch schafft es. Denn manche Menschen sind einfach zu emotional. Und diese Leute haben doch höchstwahrscheinlich ja auch Hilfe verdient, oder nicht? Und das ist halt die Sache, weshalb ich mir dann gedacht habe, ich muss das erweitern. Und das, was auch nochmal extrem wichtig ist, dass viele Leute, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber viele Leute haben gar nicht diese grundlegenden Skills des Lebens gelernt. Wie zum Beispiel, was wir in Superior Being covern, was die erste Sektion ist bei Superior Life, wo wir darüber sprechen, wie du dich verhalten solltest. Generell, proaktives Denken, proaktive Vorangehensweisen im Business, im Leben, dann lösungsorientiert Denken, Zeitmanagement, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit, ich muss ein Vorbild sein, ich muss dies, ich muss das, wie verhalts du dich mit anderen Menschen, in Beziehungen und so weiter. Das heißt generell, du als Mensch. Genau, einfach das volle Potenzial ausschöpfen, der Beste von sich selbst werden. Genau, damit du überhaupt erstmal verdient hast, reich zu werden. Genau. So, weil wenn du jetzt ein Scumbag bist, dann hast du es auch nicht verdient, reich zu sein. Und deswegen würde ich behaupten, dass man als allererstes diese menschlichen Qualitäten haben muss, um danach auch wirklich reich zu werden. Und auch natürlich nach dem Prinzip, das, was du dem Universum gibst, kriegst du dann auch letztendlich zurück. 100 Prozent. So, und ja, das war so der erste Faktor, was wir hinzugefügt haben. Dann natürlich habe ich gemerkt, dass viele Leute das Trading zu ernst nehmen. Hört sich komisch an, aber ist so. Ähm, denn das Trading, du kannst das Trading nicht erzwingen. Du kannst nicht, ähm, Ads schalten und die ganze Nacht grinden an irgendetwas und du machst dann am Ende mehr Geld. Kannst du nicht. Und viele Leute denken aber, dass sie es können. Und deswegen overtraden die, overleveragen, overrisken und so weiter, weil sie einfach den vollen Fokus auf das Trading setzen. Dabei sollte es aber nicht so sein. Und man sollte das Trading als Sideskill so gesehen betrachten, um da bestmöglichen Wachstum auszulösen. Weil du eben dann dadurch lernst, zu verzichten. Das, was extrem, extrem essentiell im Trading halt generell ist. Und deswegen habe ich da die perfekte Fokusverteilung, wie ich es gerne nenne, ähm, sage ich mal, dazu dann nochmal entwickelt. Um gleichzeitig mit dem Switch, dass wir mehrere Bereiche in Superior Life mit einbringen. Mehrere Skills, mehrere Einkommensquellen, mehrere Businessarten und so weiter. Dass man da auch gleichzeitig nochmal dann das Trading sowieso pusht. Weißt du, dass es noch besser wird. Das läuft ja sowieso nebenbei im Optimalfall. Und neben dessen kannst du dann dein anderes Unternehmen aufbauen, Content Creation machen oder sonstiges. Richtig, richtig. Weil Trading dich halt eben wirklich nur eine Stunde am Tag kostet, wenn du es dann gemeistert hast in dem Sinne. Und ja, so war da halt der ganze Switch, ne. Und das war beziehungsweise die Idee dahinter. Und natürlich, wie gesagt, viel mehr Leute impacten, weil viele Leute auch nicht vielleicht das Zeug dazu haben. Und viele Leute einfach Hilfe brauchen, auch in anderen Bereichen. Ja, und dann kam halt eben dazu, wie Branding. Von Null, wie baue ich mein Unternehmen auf? Von was kann ich überhaupt? Bis hin zu, okay, ich mache Geld daraus. Dann komplett die Content Creation. Dann Social Media, Instagram, YouTube und so weiter. Wie gehe ich da das alles an? Weil wir heutzutage natürlich im digitalen Zeitalter sind. Und damit höchstwahrscheinlich auch die meisten so ihr Geld verdienen werden, wenn die online tätig sind. Kannst auch anhand den Skills darin, beziehungsweise anhand dem Lehrmaterial, was wir darin bieten. Kannst du auch lokale und handfeste Businesses aufmachen oder verbessern. Aber überwiegend, sage ich mal, ist digital das Bessere, weil wir halt eben digital nicht so eine extreme Konkurrenz haben und weniger Ressourcen brauchen, um das halt aufzuziehen. So, du musst im Endeffekt einfach, extreme Konkurrenz war jetzt falsch gesagt. Ich würde sagen, wie gesagt, also ich würde sagen, weniger Ressourcen brauchen, um etwas wirklich dann umzusetzen. Bevor du jetzt ein Bauunternehmen gründest, mit, keine Ahnung, wie viel brauchst du erstmal 10, 15 Leute, brauchst du die ganzen Maschinen und dies und das. Kannst du lieber, ich weiß nicht, irgendwie einen Online-Shop oder Content-Agentur, Real-Agentur, irgendwie sowas ist einfach umsetzbar. Der Skill ist einfach lernbar. Genau. Ne, genau. Und ja, Branding komplett. Wie brande ich mein Unternehmen? Wie baue ich das alles auf? Dann haben wir noch Webdesign, was jetzt drin ist. Das heißt, du kannst Webseiten erstellen für dich selber oder selbst als Webdesigner arbeiten und für Leute Websites erstellen. Wie gesagt, Content-Creator. Kannst dann meine Real-Agentur machen. Kannst dadurch Personal-Brands aufziehen für Leute. Kannst deine eigenen Content kreieren und dadurch dir eine eigene Personal-Brand aufbauen, für dein eigenes Unternehmen Content produzieren und so weiter. Ja, dann natürlich Reach-Aus, wie komme ich an Kunden? Dann Marketing, nochmal ein großes Thema. Wie gehe ich ein richtiges Marketing an, ohne hinzuschreiben, ja, Preis war 250 Euro, jetzt für 50 Euro. So ein scammy, verfolgtes Marketing, sondern gutes Marketing, was keine Angriffsfläche bietet. Da ist ein guter Spruch, den wir so gesehen verfolgen, auch in unserem eigenen Management, wie wir mit unseren Kunden arbeiten. Das, was parallel zu Superior Life noch unser ist, Superior Life Management. Ohne Angriffsfläche, monetarisieren. Genau. So, und das ist letztendlich, denke ich mal, das Wichtigste. Denn, ja, einfach nur zu monetarisieren und dann Angriffsfläche zu bieten, ist nicht langwierig. Und dann gehen auch die meisten Leute unter. Und deswegen ist so das, was wir verfolgen. Dann natürlich noch Superior Health und so weiter. Also es ist extrem viel. Ich würde sagen, wir könnten jetzt einen ganzen Podcast damit füllen, indem wir einfach nur darüber talken. Aber ich würde sagen, dass wir einfach mal weitermachen, indem ich dir jetzt einfach mal eine Gegenfrage stelle. Für die Leute, die es überhaupt interessiert, geht einfach auf Superior Life Website. Da könnt ihr alles nochmal sehen, nochmal alles erklärt. Und auch im Free-Kurs haben wir da nochmal ein bisschen die ganzen Thematiken angeschnitten. Könnt ihr auch sehen. Also brauchen wir jetzt nicht viel drum besprechen, denke ich mal, oder? Also würde ich sagen, da denke ich mal, das Thema ist gut behandelt. Auf jeden Fall. Was ich noch dazu hinzufügen wollte, Trading hat natürlich auch noch ein ordentliches Upgrade. Da sind noch einige Videos reingekommen. Denn es ist ja Umfangreiches dazugekommen, aber natürlich immer noch der Hauptfokus Trading. Die Sache ist, wie du auch richtig gesagt hast, Trading ist irgendwann mal so weit, dass du vielleicht eine Stunde am Tag mit Trading beschäftigt bist. Das machst du aber die anderen acht, neun, zehn Stunden. Genau. Du hast ja die Zeit, um dann irgendwas anderes zu machen. Weil wenn du nichts anderes hast, dann fokussierst du dich wieder nur aufs Trading, suchst irgendwelche Trades. Und dann hast du wieder das Overtrading oder sonstige Fehler, die da mit mir... Genau. Hundert Prozent. Und auch da nochmal, was ich da hinzufügen kann, ist, dass ich dieses Superior Life, das ganze Programm, ein wenig nach meinem eigenen Leben gestaltet habe. Das heißt, ich habe damals auch nur getradet und bin dann in dasselbe Loch wieder gefallen. Da hatten wir auch ein YouTube-Video jetzt vor kurzem abgedreht. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ne, das kommt erst nach dem Podcast, denke ich mal. Habe ich darüber gesprochen, dass ich dann mit dem Trading Geld gemacht habe und dann wieder in ein Loch gefallen bin. Und wieder depressiv geworden bin. Weil ich nicht wusste, wohin mit mir. Weil ich dachte, Geld löst meine Probleme. Aber okay, dann trade ich halt eine Stunde am Tag. Dann gehe ich ins Fitnessstudio und den Rest des Tages hocke ich auf der faulen Haut. Genau. Und Geld ausgeben. Wie gesagt, alles wird irgendwann mal zur Gewohnheit. Alles wird irgendwann mal langweilig. Und dann suchst du nach anderen Alternativen. Weißt du, ich meine, beziehungsweise versuchst, weiterzugehen. Denn einfach nur Geld zu haben und dann das Leben zu leben, ist nicht das, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen Fortschritt und Entwicklung. So, und wir müssen neue Dinge machen, um neue Dinge zu erleben. Etwas zu erschaffen, worauf wir stolz sein können. Das macht dich letztendlich langfristig glücklich. Jeder, der da ist, wird mit mir relaten können. Und jeder, der noch nicht da ist, du wirst früher oder später mit mir relaten können. So, und ja, deswegen da haben wir das dann noch mit eingebaut. Und, ja, wie gesagt, so ein bisschen nach dem Motto, wie ich es selber alles angegangen habe. Deswegen auch am Anfang nur Superior Trading. Dann immer mehr Erfahrung gesammelt in anderen Thematiken und so weiter. Und das dann immer weiter hinzugefügt. Und es wird auch immer weiter hinzugefügt. Das ist ein never ending game. Wir fügen alles, was wir dazu lernen, womit wir arbeiten, fügen wir alles immer weiter hinzu, um das immer größer zu machen. Damit es irgendwann mal ein eigenes Bildungssystem ist. Dass du irgendwann mal nur Superior Life brauchst, um ein Superior Life zu leben. Du hast alles drin. So, und holen auch in Zukunft noch Experten dazu, die andere Bereiche covern. Das sind aber alles Pläne für die Zukunft, Freunde. Deswegen. Und da auch nochmal zum Thema Trading. Trading ist immer noch groß geschrieben. Wir haben immer noch den Trading Call und dies und das. Marktanalyse wöchentlich. Genauso wie die Fundamentalanalyse. Wo auch zwei, dreimal die Woche Fundamental Report reinkommt. Und so weiter. Also es ist immer noch genau gleich, sogar noch größer. Und wir haben auch sogar noch den Dienstagscall jetzt. Das ist ein Business Call, wo wir aber auch sehr, sehr oft über Trading. Trading Psychologie, den Markt und so weiter sprechen. Also es ist immer noch Riesentopic mit die größte Topic. Aber möchten halt, sage ich mal, dafür sorgen, dass das irgendwann alles gleichgestellt ist. Aber da müssen auch alle erstmal natürlich wieder hinterher kommen und so weiter. Ja. Genau. Ich glaube, dass das alles gut antwortet. Ich denke mal gut gecovert. Und die Leute, die vielleicht ein bisschen Angst hatten, oh nein, kein Trading mehr von Nick. Genau. Das sollte jetzt kein Zweifel mehr sein. Ja. Keine Sorge. Trading ist immer noch ein fester Bestandteil Superior Life. Und in meinem Leben ist einfach nur die Nische ist einfach zu cringe geworden. Einfach irgendwelche Network Marketer oder irgendwelche Kinderzimmer-Trader, die denken, dass sie irgendwas gerissen haben oder reißen können. Und das ist halt einfach so cringe, wenn ich da mit denen in eine Schublade gesteckt werde. Und dafür möchte ich nicht stehen. Ich bin viel mehr als nur das. Und deswegen habe ich mich auch davon gelöst. Und jetzt, wo du auch schon darüber redest, das ist eigentlich auch schon Teil meiner zweiten Frage, deswegen auch wahrscheinlich das Rebranding auf deinem Social, ne? Richtig. Nicht mehr Nick, der Trader, sondern Nick Kalnikov. Genau. 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 Weil einfach, wie gesagt, viel mehr. Es ist viel mehr. Das Wissen, das, was ich in meinem Verstand habe, das, was ich der Gesellschaft bieten kann, überschreitet einfach diesen Horizont vom Trading. Und deshalb kommt auch jetzt viel mehr deeper Content über komplett andere Bereiche, sage ich mal. Das sind nicht komplett andere Bereiche, sondern eher die richtigen Bereiche. Denn letztendlich geht es einfach nur darum, verstehe, wie deine Psyche funktioniert und dann kannst du alles lernen. Genau. Verstehe, dass dein Kopf wie eine Maschine funktioniert und du musst einfach die richtigen Programme drauf runterladen. Das ist dann einfach Disziplin und dies und das und jenes. Und wie lädst du diese Programme runter, das erkläre ich und dann kannst du alles lernen. Genau. Das ist genauso, wie ich habe verstanden. Ich habe damals Trading gelernt, dadurch habe ich verstanden, dass ich alles kann. Ich kann alles lernen, weil ich habe das Trading gelernt. Und Trading ist so, boah, das lernst du nur in drei, vier, fünf Jahren, kommen dann irgendwelche 50 plus Trading Coaches, die dir dann irgendwas erzählen wollen, mit 20 Jahren Markterfahrung haben in ihrem Leben vielleicht zwei Millionen verdient oder sowas und wollen dir dann irgendwas vom Pferd erzählen. Nein, ist nicht. Ich habe es schnell gemeistert. Das heißt, ich kann alles lernen. Ich bin nicht wie die. Ich bin besser in dem Sinne, weil ich meinen Verstand mehr unter Kontrolle habe. Warum habe ich die besser unter Kontrolle? Weil ich aus den Schicksalsschlägen in meinem Leben gelernt habe. Ich habe es mir zum Vorteil genommen. Und genau diese Message und wie ich es gelernt habe, was ich umgesetzt habe und so weiter, praise ich halt raus. Und dann kannst du alles machen. Auch Content Creation jetzt bei dir beispielsweise. Oder das geht auch übergreifend mit meiner Frage gleich. Aber genau diese ganzen Skills, die du jetzt beherrscht, hast du auch früher nicht gekonnt. Und du hast sie gelernt. Und jetzt verstehst du, dass alle Skills, die du jetzt hast, hast du dir beigebracht von Null auf. Und was unterscheidet jetzt beispielsweise, weiß ich nicht jetzt, Beispiel, wenn du jetzt ein Fitnesscoach werden wollen würdest, könntest du das auch werden, oder? Weil du könntest das lernen. Du könntest lernen, wie du mit Menschen umgehst in der Hinsicht. Du könntest den kompletten Körper kennenlernen, das Training kennenlernen, Gesundheit kennenlernen und so weiter. Boom, du bist Fitnesscoach. Genau, mittlerweile gibt es auch überall alle Informationen, die du jeweils brauchst. Du kannst auf jeden Fall Zugang haben und dann dementsprechend kannst du auch alles lernen. Richtig, 100%. Das ist die Sache. Genau. Und das ist jetzt übergreifend meine Frage. Wie sieht dein Daily Business aus? Mein Daily Business? Dein Daily Business. Deine Bereiche, die du tagtäglich, mit denen du verbunden bist. Ja, also ein großer Teil hat tatsächlich auch mit Trading zu tun, auch wenn die meisten mich vielleicht als Content Creator oder sonst was kennen. Aber teilweise, wie gesagt, stecke ich sehr viel Zeit in ganze fundamentale Research rein. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist erstmal, was ging auf der Welt ab? Bisschen Marktanalyse, bisschen Nachrichten analysieren und dann natürlich halt immer auch alles mit aufschreiben, damit man immer einen Überblick hat und auch die ganzen Entwicklungen sozusagen tracken kann. Ja, sobald ich das fertig habe, meistens immer Content Creation. Das heißt, okay, was stehen für Videos an? Was planen wir für Videos? Kommen neue YouTube-Videos, Vlogs, etc. Und dementsprechend, das alles müsste geplant werden. Und wenn dann Videos wie ein Vlog beispielsweise ansteht, wird der geschnitten natürlich. Ja. Genau. Und das ist sozusagen mein Daily Grind, meine Daily Tasks. Und genau, so sieht es nämlich aus. Ja. Und das ist das. Und du hast diese ganze Content Creation Schiene für dich genommen, um dein Trading zu verbessern. Auf jeden Fall. Du hast diese ganze fundamentale Deep Research genommen, um dein Trading zu verbessern. Weißt du? Weil im Endeffekt hatte ich damals auch dieses Vlog, wo ich reingefallen bin. Okay, ich konnte jetzt traden. Ich habe so viel gebacktestet. Ich habe so viel von theoretischem Wissen mir angeeignet. Was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit, wo ich nicht mehr backtesten muss, weil es ja theoretisch schon kann. Und dieses ganze Strategiewissen und so alles mir angeeignet habe. Ja gut, dann muss ich auf den Chart gucken. Weil was gibt es sonst für bessere Alternative, meine Zeit zu verbringen. Genau. Ja, und dann gucke ich auf den Chart, suche Trades, finde Trades, die aber keine Trades richtig sind. Genau. Krieg aufs Maul und dann, holy shit, das funktioniert ja alles doch nicht. Richtig. So, dann eine Fokusverteilung gepackt. Content Creation mir angeeignet. Wie gesagt, mehr Research ins fundamentale Wissen gemacht. Einfach nur auch das, weil mich das mehr interessiert hat. Dieses ganze fundamentale Wissen, dieses ganze Finanzwissen. Und wie gesagt, dadurch dann halt, wie gesagt, eine bessere Balance zwischen Trading und der allgemeinen anderen Aufgaben, die ich habe. Und dadurch hat sich auch gleichzeitig mein Trading verbessert. Ja, 100%. Und wie gesagt, das auch der Switch damit zu P-Alive, ich glaube, das wird so vielen Leuten helfen. Einfach nur, weil die diese Zeit, die sonst für Trading verbracht hätten, einfach einen anderen Skill reinstecken können. Oder einfach allgemein irgendwo mehr Wissen aneignen können. You know. Dass den Fokus sozusagen vom Trading wegnimmt. Richtig. Was dann auch in dem Moment besser ist. Denn wenn du anfängst, natürlich, steck deine 8 Stunden am Tag rein. Grinded Trading durch. Lern wirklich alles in- und auswendig. Backteste bis zum Grauen. Aber dann, das wirkliche Ausführen des Trading Skills, das ist dann wirklich, okay, eine Stunde am Tag. Du analysierst den Chart, du wartest auf dein Setup, nimmst dein Setup, Ende. Mehr machst du nicht. Und die restliche Zeit, während du wartest, beziehungsweise zwischen der Zeit, wo du dein Trade managst, okay, machst du irgendwas anderes. Irgendwas, was dich weiterbringt. Ob es Wissen aneignen ist, ein Buch lesen von mir aus oder einen neuen Skill lernen, Contemplation. Man kann alles mittlerweile lernen. Guckst dir ein YouTube-Video an, wie du eine Kamera bedienst. Boom, nimmst die Kamera, machst ein paar Fotos. Genau, fertig. Fängst an, du fängst an. Es ist genauso, wie ich das allererste Mal auf den Chart geguckt habe und dachte, holy shit, wie soll ich damit Kohle verdienen, Alter? What the fuck? Weißt du, und dann, jetzt schaue ich den Chart an und ich sehe in einer Sekunde, boom, fertig. Weißt du, und umso öfter du das machst, umso einfacher wird es. Also, Marktanalyse ist jetzt, ich gucke auf, ich mache ja eine Marktanalyse und die ist ja bis zu einem bestimmten, also die ist ja für einen gewissen Zeitraum gültig. Weißt du, ich brauche ja nicht jeden Tag eine komplette Top-Down-Analyse machen, sondern ich weiß ja, und die fundamentalen Ereignisse, die verändern sich ja auch nicht die ganze Zeit. Weißt du, ich meine, es kommen immer ein paar Breaking News, aber dafür haben wir ja dich da. Du machst den fundamental Breakdown, ich sage, Pano, Fundamentals, was geht ab, da, das, 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 long short, boom, fertig ist. So, und was soll ich dann mehr tun? Das ist es. Was soll ich mehr machen? Weißt du, soll ich dann mich hinsetzen und, ja, okay, nicht chille? Nein, weißt du, und das ist halt die Misconception. Und dann kommen die Leute und sagen, äh, der macht, äh, dann auch, äh, beispielsweise die Superior Trading, carry me, hör, warum macht der das, wenn der Trader ist? Die Junge, weil ich zu viel Zeit habe, ich habe zu viel Zeit, mir ist langweilig, warum macht der anderweitiges Business, weil ich zu viel Zeit habe, was soll ich denn anderes machen? Also so, wisst ihr? Genau, und das ist auch der Grund, weil, eigentlich wollte ich mal meine dritte Frage stellen, weil das jetzt perfekt passt, du hast sozusagen finanziell, so gut wie geht, vieles erreicht, sag ich mal, vieles. Es geht natürlich immer mehr, klar, du hast sehr viel erreicht, wo die meisten schon sagen würden, Digga, ich würde jetzt chillen, ich würde jetzt gar nichts mehr machen, ich habe ausgesorgt. Gleichzeitig natürlich auch auf beziehungstechnischer Ebene mit Charlene hast du auch, ne, alles sozusagen erreicht, was du willst. Alles im Leben, was ich möchte, in dem Sinne. Und dementsprechend, warum machst du weiter? Warum grinden wir teilweise noch bis tief in die Nacht? Du recordest Videos, ich schneide die Videos, wir planen die Videos aus, wir planen den Skript aus, wir haben teilweise Kamera Equipment viel mehr als irgendeine Production Firma. Warum das Ganze? Du könntest theoretisch einfach den Easy Way nehmen, sag ich mal, und einfach sagen, weißt du was, ich habe es geschafft, Digga, mein Trading Skill hat mich jetzt finanziell frei gemacht, ich chill einfach. Ja, weil ich depressiv werde sonst. Genau. Ich werde sonst depressiv, ich kann nicht einfach sitzen. Was soll ich denn machen? Wie gesagt, also für die Leute, die es auch immer noch nicht verstehen, so, es wird alles zur Gewohnheit. Das ist genauso wie, du, keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Also die Leute sind ja so, oh, ich kaufe mir ein Auto für, keine Ahnung, 20.000, 30.000 nehme ich mir einen Kredit und ich kaufe mir ein Auto. Boah, geil, dann fährst du zweimal damit durch dein kleines Dorf, dann gucken ein paar, keine Ahnung, ein paar Weiber gucken, ein paar Typen gucken, die reden ein bisschen über dich, cool. Aber nach einer Woche hat sich auch jeder daran gewöhnt. Genauso wie du selbst. Und was dann? Und was dann? Weißt du, ich meine, willst du dann nicht auch weitergehen oder willst du nicht irgendwas Größeres erschaffen? Willst du nicht etwas erschaffen, wo du drauf schauen kannst, wie ein Elon Musk beispielsweise, der dann ohne Ende Kohle hat, aber sich so heftig freut, dass sein Raketenbooster wieder gefangen wurde, weil er einen Schritt weiter nach vorne gebracht hat. Er hat die Menschheit nach vorne gebracht, wir sind einen Schritt näher Richtung Mars zu fliegen und so weiter. So, das sind ja diese ganzen Sachen, die dich dann erfüllen. Weil, wie gesagt, diese ganzen Konsum-Dinge, die du hast, die erfüllen dich irgendwann mal nicht mehr. Auch das Reisen. Irgendwann mal hast du die ganzen Orte auf der Welt gesehen oder dich sprechen die Orte gar nicht an, du bist gar nicht der Typ so fürs Reisen. Ich bin jetzt nicht der Typ fürs Reisen so. Ich mag neue Orte zu sehen, aber ich bin jetzt keiner, der so Travel-Lifestyle macht und ich gehe mit Rucksack rum und ich sehe jeden Shit. Nein, das ist gar nicht mein Typ. Ich bin so ein Typ, ich bin auf Fortschritt und Entwicklung getrimmt. Ich möchte etwas Neues erschaffen. Ich möchte in die Geschichtsbücher später eingehen als der Typ, der war der krasseste, den es gab. Und das will ich sein. Wie wir heutzutage über einen Nikola Tesla sprechen, wie wir über einen Einstein sprechen oder wen auch immer, so sollen die Leute über mich sprechen. Um einfach nur, nicht, dass die Leute über mich sprechen und dass ich meinen Ego-Push habe und die Leute dann sagen, der war krass und ich kann mir darauf einen runterholen in dem Sinne, sondern... Nee, dass du einfach so viele Leute geimpactet hast. Genau, inspiriert. Der Typ, der hat mir geholfen. Genau. In welcher Form, ob sie jetzt einmal ein Video gesehen hat und der das besseres Gefühl bekommt oder wirklich beispielsweise auch finanziell, sagen wir, durch dich habe ich Trading kennengelernt, durch dich habe ich Trading gemeistert. Und dadurch einen finanziellen Vorteil für mich und meine Familie beispielsweise erlangt. Richtig, 100%. Das ist das halt, ne? Genau, den Impact. Der positive Impact, dem man hinterlässt, dieses positive Karma, was man sozusagen rausgibt und dann halt irgendwann auch... Genau, die Denkweise auch einfach ein bisschen übernimmt bis zu einem gewissen Grad, weil objektiv betrachtet diese Denkweise für mich, natürlich, klar, weil es meine Denkweise ist, ist sie richtig, aber... Was ist denn falsch daran, das Bestmögliche aus seinem Leben rauszuholen? Was ist denn falsch daran, so weit zu gehen, wie möglich? Was ist falsch daran? Wer will dagegen argumentieren? Genau, man sagt ja, der Mensch ist ja an Fortschritt getrimmt. Genau, natürlich. Du kannst, du musst so weit wie möglich gehen. Und deswegen sind wir auch hier an der Stelle, wo wir sind. Wären alle faul gewesen, hätte keiner Bock, irgendwas zu machen. Dann wären wir wahrscheinlich immer noch mit Stöcken am Spielen. Richtig, das ist ein Riesenthema. Riesenthema, was man sich wirklich vor Augen führen muss. Wir fliegen heutzutage in den Weltall und sitzen, wie gesagt, im 30. Stock oder was auch immer. Und das ist alles auf den Visionen und auf den Gedanken von Menschen, die Fortschritt angestrebt haben, zurückzuführen. Genau. Und wenn du dann einfach ein unambitionierter Konsument sein willst, der nicht das Mensch-Dasein versteht, der dann komplett depressiv ist und nicht weiß, woran es liegt, dann brauchst du dich auch nicht wundern. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du einfach nur theoretisch gesehen, ja, sag ich mal, Ballast für die Menschheit bist, so gesehen. Würde ich behaupten. So ist jetzt vorsichtig gesagt, aber so ist es halt einfach. Wenn du wirklich als Mensch dich zufrieden gibst mit, ja, ich gehe ein Bierchen trinken und dann schmeiße ich mir ein paar Tiefkühlpommes in den Ofen. Und dann schaue ich mir irgendeine Serie an, dabei aber gleichzeitig ein Mensch mit Verstand bist, mit eigenem Willen bist, der die Möglichkeit hat, Dinge zu erschaffen, der die Möglichkeit hat, uns Menschen weiterzubringen. Jeder mit seiner eigenen Individualität hat seine eigenen Qualitäten. Wenn du das aber nicht für dich nutzt, dann bist du einfach nur jemand, der auf dieser Welt konsumiert und du nimmst den Leuten etwas weg, die wirklich Fortschritt anstreben. Ressourcen und dies und bla und jenes. Und dann, ja, brauchst du dich auch nicht wundern, dass du, wie gesagt, ein miserables Leben lebst und keinen Beitrag zur Gesellschaft leistest. So ist ganz einfach. Das ist meine Ansicht. Und können Leute jetzt gegen argumentieren. Aber wenn man einfach nur rein menschlich betrachtet, wofür wir Menschen hier auf dieser Welt sind, wir sind ja keine Tiere, wir sind ja keine Hunde, die emotional getrimmt sind. Wir sind ja keine Elefanten, keine Giraffen, die einfach nur random auf der Welt rumlaufen, essen, Fortpflanzung und sterben gehen in dem Sinne. Wir haben ja die Möglichkeit zu denken, wir haben ja die Möglichkeit weiterzukommen, wir haben ja die Möglichkeit außerhalb vom Tellerrand zu schauen, so gesehen von unserem biologischen Purpose, das heißt Fortpflanzung. Wir haben ja die Möglichkeit weiterzugehen, wir haben ja die Möglichkeit solche Beziehungen zu schließen und so weiter, weißt du, oder Gemeinschaften zu bilden, ganze Gruppierungen, reiche Länder heutzutage, nennen wir das ja, sind ja Länder. Und damals waren ja Reiche oder Gruppierungen und jetzt sind es Länder. Wir haben die Möglichkeit gehabt, sowas zu gründen, eigene Kulturen zu erschaffen, andere Denkweisen, jeder ist individuell. Und wenn du das hast, dann nutze es doch und lebe nicht einfach wie ein Tier vor dich hin und warte, bis du stirbst. Vor allem auch vor 500 Jahren hätte man niemals so Möglichkeiten gehabt, wie man sie heute hat. Und alleine das schon, diese Tatsache, wenn man sich dem bewusst ist, dann muss man eigentlich schon Größeres anstreben. Man braucht einen Klick machen und du hast sozusagen alle Informationen, die du brauchst, um irgendwas zu reißen. Und das ist halt die Sache. Genau, und das ist auch zum Beispiel ein Thema, wo wir jetzt einfach mal rüberschweifen. Und zwar Thema kleine Kinder und Informationszeitalter. Heutzutage haben die Menschen die Möglichkeit, wie du gesagt hast, einen Klick und du hast die Sachen offen. Aber die Menschen, die nutzen es nicht. Und dann geben sie es ihren Kindern weiter, wenn die Eltern konsumieren. Und die schauen dann den ganzen Tag Serie oder irgendeinen Trash-TV. Und das geben die einfach ihren Kindern weiter. Wenn er am Tisch nicht die Schnauze hält, dann drücke ich den iPad in die Hand und ich gebe denen irgendeinen Shit. Aber das Kind hat eigene Interessen und seine eigene Individualität, seinen eigenen Bereich, wo er sich für interessiert. Seine eigenen Interessen, wie ich es gerade gesagt habe. Dann fördere das doch. Mag er Dinosaurier, vielleicht wird er Archäologe. Dann zeig ihm etwas darüber. Lehrwissen für Kinder gibt es. Geh auf YouTube, gib ein Dinosaurierwissen für Kinder. Und du findest sofort etwas. Auf jeden Fall. Weißt du? Oder was auch immer es ist. Mathematik, Deutsch, Geschichte. Du hast die Möglichkeit, deinem Kind die gute Information zu geben. Aber die Leute tun es nicht, weil sie selber schlecht sind. Und das ist ein Riesenproblem, weshalb unsere Generation auch so weak ist. Jetzt schon. Und noch schwächer wird in der Zukunft. Also die ganzen Generationen, die jetzt folgen. Und das ist einfach etwas, wo ich entgegenwirken möchte, weil die Welt sonst einfach, ja, extrem gesagt, dem Bach runtergehen wird. Beziehungsweise, ja, immer noch so sein wird, dass, wie die Leute es jetzt schon sagen, dass es unfair ist. Weißt du, ich meine? Die Leute sagen ja, es ist unfair, dass ich reich bin und die anderen Leute nicht zum Beispiel. Das ist unfair. Es ist nicht unfair. Du machst nichts. Genau. Du machst nichts. Es gibt schon eine Chancengleichheit da. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Das ist ein Start voraussetzung. Genau. Das stimmt. Ja, 100 Prozent, ja. Aber dennoch kann jeder sozusagen seine Chance nutzen und das zum Besten machen. Genau. Die Chance ist Handy oder Laptop und Internet. Und das hat 100 Prozentig jeder heutzutage. Zumindest alle, die gerade zuschauen. Auf jeden Fall. Genau. Alle, die gerade zuschauen, auf jeden Fall. Jeder hat diese Chance, da etwas zu machen. Ich hatte genau das Gleiche nur und habe es gemacht. Du hast genau das Gleiche nur und du hast es gemacht. Und das ist letztendlich, ja, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, das ist einfach so eine harte True Pill, würde ich mal sagen, zu verkraften. Wenn man gesagt bekommt, ja, du bist gerade an einer Stelle, dir geht es nicht gut, du hast vielleicht Depressionen oder du hast schon was versucht und bist gescheitert. Und dann zu hören, ja, das ist deine Schuld, du musst trotzdem weiter Gas geben, denn du könntest ja natürlich die richtige Entscheidung treffen oder dir richtiges Wissen aneignen oder sonstiges, um dann sozusagen es zu schaffen. Denn es gab schon vor dir Leute und es werden auch Leute kommen nach dir, die es schaffen werden. Ja, richtig. Und die sind nicht anders als du. Genau. Wie gesagt, Chancengleichheit. Ist auch. Die sind nicht unbedingt intelligenter, die haben nicht vielleicht unbedingt mehr Mittel, aber die schaffen dennoch genau dasselbe, was du vorhast. Ist auch. Und dementsprechend alle, die vielleicht gerade zuschauen und sich denken und vielleicht im Loch sind und denken, okay, es geht nicht weiter, ich will aufgeben und sonst was, ja, gib nicht auf. Weil es gibt keine Alternative. Ja. Es gibt einfach keine Alternative. Was willst du denn anderes machen? Genau. Du gehst dann arbeiten. Ja, aber dann arbeit doch lieber an dir selber. Ja, genau. Bevor du an der Maschine stehst und irgendeinen stumpfen Job machst, wo du am Ende hirntot wirst, dann arbeite doch für dich selber. Oder beziehungsweise nicht für dich selber, nach dem Network-Marketer-Klischee, arbeite für dich selber. Nein, sondern arbeite an dir selber und werde besser. Denn umso besser du bist, umso mehr bist du wert, umso mehr kannst du es schaffen. Umso mehr Mehrwert bietest du der Welt, umso mehr wirst du verdienen, umso glücklicheres Leben wirst du leben. Ob du dann letztendlich ein Konsument bist und einfach den Lamborghini fahren willst und auf der Yacht rumfahren willst und so weiter. Oder ob du einfach nur, sag ich mal, etwas erschaffen willst, Mehrwert bieten willst und dich das erfüllt. Scheißegal, was es ist, du hast auf jeden Fall danach ein besseres Leben. Zu 100 Prozent. Und du hast Freiheit. Du hast die Möglichkeit, alles zu tun, was du möchtest. Alles. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Denn wenn du nach den Regeln anderer spielst, dann wofür bist du überhaupt hier? Ja. Und das ist wirklich etwas, wirklich Großes. Und vor allem in Deutschland, also ich sag mal länderweise, ist ja jeder selber, ist ja jeder gleich getrimmt, weißt du? Jeder hat dieselbe Denkweise. Damals, wo ich angefangen habe, bevor ich angefangen habe mit dem ganzen Shit, habe ich auch gedacht, das ist Verarsche, das ist Verarsche, das geht nicht. Die wollen mich hier nur verarschen, die wollen mich da nur verarschen. Habe ich auch gedacht, weil ich ja auch genauso getrimmt war. Aber irgendwann mal kam halt dieser Aha, Moment. Okay. Ja. Kommt nicht einfach vom Himmel geflogen. Ich muss einfach mal machen. Genau. Und das kam dann einfach, weißt du? Und deswegen ist es auch nicht, sag ich mal, ich kann gut relaten und ich kann das nicht so verurteilen, weil ich genau weiß, wie es ist, in dieser Scheuklappe zu leben, so gesehen. Aber wenn man dann halt eben schon sowas wie hier sieht oder seht, dann sollte man sich schon ernsthafte Gedanken machen und mal probieren, etwas zu verändern. Wenn es natürlich im Interesse liegt, auch sowas im Leben zu tun und zu erreichen. Wenn du glücklich damit bist, einfach nur deinen normalen Kreislauf zu leben, dann leb ihn. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Es muss diese Leute geben. Es ist auch normal. Es gab diese Leute schon immer. Damals die Leute, die am Markt dann da verkauft haben oder die Bauern oder was auch immer, was es waren. So jetzt nichts gegen Bauern, aber so halt gesagt. Im Endeffekt kommt es darauf an, dass man zufrieden und glücklich ist mit der Situation, in der man sich befindet. Wenn du arbeiten musst, morgens um 5 Uhr und dich abfuckst, dass du aufstehen musst und arbeiten musst, ja, dann ändere was. Genau. Wenn du aber zufrieden bist, dass du da, sagen wir mal, einen Tagesjob hast und keine Ahnung was machst, dann ist auch okay. 100 Prozent. Dein Purpose ist es, eine Familie zu gründen und die gut zu ernähren, dann ist okay. Genau. Weißt du? Ist auch so. Das ist halt der Hauptpunkt. Richtig. Wenn du unzufrieden bist, dann ändere was. Genau. Beschwer dich dann am Ende auch nicht. Genau. Wenn du dann andere Leute siehst, die ihr Leben ausleben, dann schreibst du da Hate-Kommentare hier und da. So brauchst du nicht machen. Wenn du glücklich bist, mach es und lebe dein Leben dann für dich selber, guck auf deinen eigenen Arsch so gesehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Aber dann würde ich sagen, kann man auch diese Topic abhaken. Da habe ich auch eine andere Frage. Und zwar, soll ich persönlich gehen oder soll ich dir jetzt mal eine random Frage stellen, wo ich mal eine Meinung von dir zu hören will? Ja, so raus. Okay, komm. Wir fangen mal an mit der, wir gehen mal ein bisschen in ein anderes Topic rein. Weil diese andere Frage kann ich dir am Ende stellen. Das ist ein guter, sage ich mal, Abschluss. Kofi Silla hat ein Video gemacht zu Andrew Tate. Hast du gesehen? Hab ich gesehen, ja. Scam Coins von Andrew Tate. Vorher gesagt, genau. Vorher gesagt, ich mache niemals Scam Coins, niemals Rugpulls. Ich bin kein Krypto-Nerd, kein Krypto-Geek oder wie er das genannt hat. Was ist deine Meinung dazu? Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr umstrittenes Thema. Es gibt natürlich sehr viele Krypto-Fans, sehr viele Krypto-Mean-Coin-Fans. Es gibt auch einige Leute, die damit ordentlich Money gemacht haben und es ist ja auch alles schön und gut. Die Sache ist halt, mit diesen Meme-Coins, meistens sind die immer Scam. Also die werden immer gerugpullt und die Leute fragen sich dann, oh mein Gott, was ist passiert? Aber es ist immer wieder dasselbe. Jeder Meme-Coin, der kommt, ob das jetzt der Watercoin ist oder sonstiger Coin. Alle zu Null gegangen. Es ist einfach keine schlaue Investment-Opportunity, wenn du nicht viel Geld hast zum Investieren. Wenn du Geld auf Seite hast und sagst, scheißegal, was damit passiert, Casino-like, steck ein bisschen Geld rein, nimm von mir aus dem Bullrun mit, okay, und danach ist gut. Aber wenn du das Geld verlierst, beschwer dich nicht, nach dem Motto. Und dann als, sag ich mal, als Person, die im öffentlichen Leben steht, sag ich mal, Andrew Tate, sehr viel Impact auf große Generationen. Mit der größte, sag ich mal, in dieser Szene. Genau, auf jeden Fall. Und dann halt Crypto sozusagen, erstmal natürlich so abwertend darüber zu reden. Jetzt im Endeffekt, im Nachhinein, einen eigenen Meme-Coin sozusagen zu releasen. Wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Scam oder sonstiges. Kann man natürlich im Voraus jetzt nicht sagen, je nachdem, was passiert. Aber wie gesagt, es könnte gut sein, dass es einfach auch der nächste Rugpull wird. Ja, dann braucht man sich aber selber dann als Nutzer, der dann sozusagen diesen Coin kauft, da rein investiert, sich auch nicht wundern oder sich dann irgendwie die Schuld abgeben. Weil es ist schon so oft passiert. Es ist schon so oft passiert. Ja, es ist ja nichts Neues. Man hat es schon so oft gelesen. Und diese Meme-Coins, das war ja schon vor, sorry, dass ich unterbreche, aber die Meme-Coins waren ja schon vor, ich glaube, zur Anfangszeit von, also 2020, ich will das Wort nicht sagen. 2020, Anfangszeit, war ja auch schon die ganzen Meme-Coins in Amerika gelauncht worden. Genau, genau. Wo dann diese, wo Logan Paul und wer auch immer da diese ganzen Scams abgezogen hat. Jetzt weiß ich nicht, ob das so war. Vielleicht haben die auch mit NFTs und sowas gescammt. Keine Ahnung mehr. Ja, mit beidem haben die gescammt. Ja, mit beidem so. Ja, aber sowas halt, weißt du? Ja, genau. Das war ja, das ist ja nichts Neues. Aber anscheinend ist es irgendwie jetzt erst in Deutschland angekommen. Genau. Weißt du? Deutschland sieht natürlich immer wieder nachsächlich mit. Genau. Und die Leute lassen es anscheinend mit sich machen, entweder weil die nicht informiert genug sind oder sonstiges. Aber wie gesagt, die meisten Crypto-Meme-Coins, Promotions, laufen meistens so ab, dass der Influencer, der das natürlich postet, der kriegt natürlich im Voraus schon diese Coins als sozusagen Geld für diese Promotion. Genau. Und die Coins haben ja keinen Wert. Genau, die haben keinen Wert. Aber wenn er es dann postet und dann seine ganze Fanbase sozusagen diesen Coin kauft, die bieten die Liquidität. Und der Influencer, der dann sozusagen Promotion gemacht hat, der casht aus auf euren Nacken. Und das ist halt, was man realisieren muss. Genau. Und natürlich, man kann daraus profitable Move mitziehen. Das geht natürlich. Aber natürlich, wenn du der Letzte bist, der den Back sozusagen hält, dann bist du auch der, der meist Minus gemacht hat. Richtig, 100%. Und er hat danach eine Reaction abgegeben. Ja, genau, die Reaction. Die Reaction. Zurück zum Video. Genau, zurück zum Video. Genau, kurz Meme-Coins erklären. Wie gesagt, kurz Fazit, sorry. Fazit, Meme-Coins. Meme-Coins ist eine lustige Methode, sage ich mal. Einen guten Back zu verdienen, aber nur, wenn du wirklich Geld auf Seite hast, was du auch einfach verlieren kannst. Ja. Spaßgeld. Casino-Geld würde es gut treffen. Aber im Endeffekt, ja, jeder dafür selber verantwortlich. Wenn ihr da eure Favorite Influencers, wenn die da mit dem richtigen Back gemacht haben und ihr habt verloren, seid ihr selber schuld. So, dafür kann man die, in Anführungsstrichen, jetzt nicht wirklich verurteilen. So, weil im Endeffekt, wenn die euch vorher gewarnt haben, wenn die euch jetzt gesagt haben, das wird ein 10X und kauft und hier, okay. Aber wenn die euch vorher wirklich gesagt haben, ey, das ist Casino so gesehen, jeder auf seine eigene Verantwortung und so weiter und ihr kauft dann, dann seid ihr selber schuld, wenn ihr verloren habt. Dann könnt ihr auch keinen blamen und könnt auch nicht rumrollen. Genau, und ich meine im Endeffekt, eine kurze Google-Research reicht und du weißt, dieser Coin ist trash, der Coin ist nüll, weil es gab vorher nichts, der ist einfach sozusagen aus dem Boden gestampft worden. Und dann solltet ihr schon wissen, dass das keine gute Investmentoption ist. Richtig, 100%. Ja, auf jeden Fall zur Reaction von Andrew Taylor. Genau, Reaction war over emotional. Genau, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen schockiert, dass er so überreagiert hat, sage ich mal, weil normalerweise, Andrew, wie man den kennt, er hat immer so ein bisschen seine Coolness, ne, so ein Brille auf, alles cool. Aber da ist er, wie gesagt, überemotional geworden, hat den Coffee-Siller da beleidigt. Und es ist schon low-key cringe, dass er so sozusagen emotional wird, obwohl er immer der stoische Denker ist, der stoische ist, der sagt, okay, hab dich untergetrollert, deine Emotionen untergetrollert. Genau, genau, genau. Und dann halt so ein Video zu machen, so auszuatmen, muss nicht sein. Genau. Wie gesagt, muss nicht sein, weil er könnte auch einfach Stellungnahmen machen, wenn das Projekt, wie gesagt, legit ist und er auch damit keinen Rugpull oder sowas vorhat, dann könnte er einfach Stellung nehmen. Er könnte jetzt sagen, ich will das so und so und so machen. Hier sind deine Fragen, die du gestellt hast, die du beantwortet, alles cool. Aber anscheinend, wenn da irgendwie Dreck am Stecken sein sollte, natürlich reagiert man dann über. Wenn das jemand aufdeckt. Natürlich, 100%. Und das ist halt die Sache, wie gesagt, ich unterstelle jetzt niemandem irgendwas hier. Ich sage einfach nur, man muss nicht überreagieren, es sei denn, natürlich irgendwas ist da. Genau. Das triggert einen. Richtig, und das ist so, 100%. Und auch, ich sage mal, die Reaktion hätte auch ganz anders sein können, weil er auch sehr stark gedrückt hat auf diese Thematik, dass Andrew Tate vorher gesagt hat, Meme Coins and Shit und so weiter. Aber es ist ja vollkommen okay, deine Meinung zu ändern. Dann sagst du halt, ja, ich habe damals so gesagt, heute ist anders. Ja. Weißt du? Es ist ja okay, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Natürlich. Vollkommen okay. Aber warum dann so reacten, weißt du? Ja. Geh doch einfach mal komplett professionell an die Sache ran. Aber das ist, wie du schon sagst, ist halt eine Abwehrreaktion vom Menschen normal, dann letztendlich, ja, sowas zu machen. Und dann diese Extrememotionen auszulösen, um halt einfach seine Leute wieder davon zu überzeugen, Leute verstehen ja nicht. Er ist überemotional und die Leute klammern, Leute, die leer sind, Leute, die stupid sind, klammern sich an emotionale Menschen dran. Oder Leute, die so schreien und sowas. Deswegen hatte auch Andrew Tate so einen heftigen Impact auf diese ganzen verlorenen Seelen von diesen jungen Leuten, die übelst in den Komplexen getrimmt waren, so gesehen. Oder in den Komplexen getaucht wurden. Und dann sollte man einfach wirklich dann verstehen, okay, er versucht jetzt einfach genau das Gleiche wieder, versteht das. Aber die Leute wollen es nicht verstehen und er kann halt mit dieser Art und Weise die Leute auf seine Seite ziehen. Deswegen kam dann auch letztendlich sowas raus wie E-Mail dem Typen, dass der gay ist und so weiter. Aber ja, muss das sein. Ja, im Endeffekt ist es auch polarisierend, so zu reden, so emotional zu sein. Das heißt, es erzeugt sehr viel, sag ich mal, Traffic, also viele Leute gucken drauf, hast du gesehen, ich meine, wir reden drüber. Hast du gesehen, die Aktion dies und das, ne? Und es könnte auch einfach ein Marketing-Gag sein, weißt du, dass der halt wirklich einfach komplett raushaut, komplett überemotional wirkt und alles. Und dann im Endeffekt wieder einfach Schlagzeilen zu produzieren. Im Endeffekt, darüber reden dann wieder die Leute, darüber machen die Leute wieder Videos. Ich habe, glaube ich, schon zig Reaktionsvideos auf Coffee-Zillas-Video gesehen. Ja, ja, ja. Und dementsprechend, ja, Andrew Tate ist dann wieder im Mittelpunkt der Medien, nach dem Motto. Und das ist ja im Endeffekt anscheinend für ihn gut, weil auch schlechte Nachrichten Nachrichten sind. Richtig, schlechte Nachrichten publizieren trotzdem. Genau. Leute, die vorher nicht mit dieser Thematik vertraut waren, kommen letztendlich trotzdem darauf, dann auf einmal 1.000 an die Hand zu nehmen. Gamble-Money, wie wir gerade gesagt haben, zu investieren. Nach dem Motto, ja, wenn er blowt, dann blowt er und wenn nicht, dann juckt er auch nicht. Das heißt, wieder pusht es den Coin und so weiter und so weiter. Das heißt, im Endeffekt, ja, hoffentlich war das so von ihm dann gedacht und nicht eine over-emotional Reaction. Ähm, ja, so sieht es dann letztendlich aus. Und jetzt, wo wir bei Krypto sind, stehst du zu Krypto. Lass mich kurz weiter ausatmen. Ja. Das ist nicht einfach eine random Frage, wie ich es skripple. Okay, okay. Glaubst du, dass Krypto, und ich rede jetzt nicht von Bitcoin, ich rede jetzt wirklich von Bitcoin, also diese großen etablierten Ethereum und Sonstiges. Dass die in naher Zukunft, in ferner Zukunft und Sonstiges irgendwie Potenzial haben, wirklich das Main Medium zu werden oder auf jeden Fall eine große Rolle in der Wirtschaft vielleicht auch einzunehmen. Beispiel jetzt El Salvador, die haben das ja in die Wirtschaft integriert. Genau. Das ist jetzt ein Legal Tender, also eine legale Währung. Genau, ja. Denkst du, es hat Potenzial oder wie stehst du allgemein zu Krypto? Also, ich würde behaupten, dass, also wirklich eine Weltwährung, die, sag ich mal, unkontrolliert ist, wird nicht existieren, meiner Meinung nach. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich zur Hauptwährung irgendwann mal wird, weil die, wie gesagt, wird nicht reguliert und so weiter und als ob jetzt die Leute, die das Sagen haben, diese Macht abgeben. So, und wiederum muss man auch immer verstehen, wenn ich die Möglichkeit habe, Krypto zu kaufen mit Geld, mit Euros, dann haben auch andere Leute die Möglichkeit, diese Kryptos zu kaufen mit Geld, die auch Geld einfach nur auf Knopfdruck drucken in dem Sinne. Genau, das heißt, die können auch dann den Preis hochpushen und so weiter und dann ist halt einfach nur ein Wealth Shift, in dem die halt einfach extrem viel Geld in den Markt reinpumpen, extrem viele Bitcoins kaufen, viele Leute verkaufen dadurch wieder, machen Geld, die kaufen alle Bitcoins auf. Die Leute, die Bitcoins gekauft haben, werden alle reich, ist okay, ist im Endeffekt, wie gesagt, ein Wealth Shift im schlimmsten Fall und am Ende haben die dann trotzdem über 51% vom Supply von Bitcoin beispielsweise und haben trotzdem das Sagen, so nach dem Motto, ne? Genau, kontrollieren dann wieder den Markt. Kontrollieren dann wieder den Markt, genau. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das letztendlich so eine potenzielle Bedrohung für die normalen Währungen ist. Ich bin da auch jetzt nicht so in dieser Thematik mit drin. Krypto interessiert mich gerade, beziehungsweise, wie gesagt, sehr wenig. Ne, nicht gerade, sondern wie gesagt, sehr wenig. Bin da jetzt auch nicht so drin. Ich traile auch kein Krypto. Ich traile auch kein Krypto. Ich habe nur damals geplant gehabt, wo Bitcoin am Fallen war, habe ich gesagt, bei 10.000 Euro kaufe ich richtig ein, kaufe ich 10, 20, 30 Bitcoins nach dem Motto. Ist dann aber nicht passiert. Der ist dann irgendwie schon ab 14.000 oder so, glaube ich, ist ja schon wieder hochgepusht und jetzt schon wieder bei den All-Time-Highs. Jetzt habe ich mir natürlich auch einen Arsch gebissen, dachte ich, fuck, aber ja, ist halt so, habe ich die Möglichkeit verpasst. Aber ist im Endeffekt auch nichts, wo ich sage, boah, hätte ich machen müssen oder so. Oder wo ich mich hier dann hinterher reingefuchst habe. So im Endeffekt ist es auch ganz normales Trading. Ob ich jetzt Bitcoin oder US-30 trade, macht prinzipiell für mich wenig Unterschied. Weil ich im Endeffekt trade, um Währungen zu machen, also um die jetzigen Währungen zu verdienen. Euros, Dollars, IED, was auch immer. Und nicht, um einfach Bitcoin zu halten. Wenn du Bitcoin kaufst und wirklich an Bitcoin glaubst, dann behalte auch Bitcoin. Aber kauf keinen Bitcoin und praise Bitcoin, damit du am Ende wieder in Euros umtauscht, damit du dir einen Lifestyle finanzieren kannst. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Und deswegen, ja, also ob es im Endeffekt irgendwas wird, weiß ich nicht. Habe ich zu wenig Erfahrung für, wenn da irgendein Krypto-Experte ist. Schreibt mir gerne, lass einen Podcast abfilmen. Könnt ihr mich vom Gegenteil überzeugen. Ich lerne immer gerne dazu. Aber meiner Meinung nach ist das, ja, nichts, wo ich sage, das wird was Großes für die normale Gesellschaft. Sondern wird wahrscheinlich im schlimmsten Fall wieder oder beziehungsweise immer noch eine Währung für Underground Market bleiben. Genau, das ist vielleicht, wo ich ein Potenzial drin sehe, ist halt, dass es koexistieren kann. Genau, genau, genau. Wie geht es aber auch, beispielsweise, du kommst da, ich danke mal Deutscher hin. Ist es ja jetzt schon teilweise. Du hast eine Währung umgetauscht oder sonstiges, du gehst da hin und kaufst einfach Bitcoin. Beziehungsweise hast Bitcoin und zahlst mit Bitcoin. Ja, genau. Das ist okay, aber im Prinzip kannst du auch deine Kreditkarte ranhalten und das wird auch automatisch translated. Genau. Was auch immer für eine Währung. Richtig. Und deswegen, und das ist ja jetzt schon teilweise so, hier in Dubai vor allem, kannst du ja Autos und Gebäudewohnungen, was auch immer, kannst du ja alles schon kaufen mit Krypto. Genau. Und deswegen, es existiert ja schon Co zu den anderen Währungen. Und ja, aber ob es jetzt die Main-Währung wird, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Wird es noch größer mit Sicherheit, so. Ja. Höchstwahrscheinlich. Der Markt kann ja nur wachsen in dem Sinne. Ähm, ja, aber ob es alleine am Start sein wird, wirklich nur Bitcoin und alles ablösen wird, glaube ich nicht. Werden sich die Leute alle von, alle kleineren Leute zusammenschließen und die Währung versuchen zu stürzen und wir handeln nur noch mit Bitcoin? Weiß ich nicht. Weißt du, glaube ich kaum, dafür sind die Menschen halt einfach zugetrimmt auf eine Richtung. Genau. Aber wer weiß, wie es aussieht in 40, 50, 60 Jahren. Wie gesagt, ist im Endeffekt, ähm, ob es dann passiert oder nicht, interessiert mich wenig. Ja. Wenn es halt dann soweit ist, dann wird es halt so sein, dann kaufe ich mir halt Bitcoins, dann ist es halt so, wie viel Geld ist. Genau. Ja, wie stehst du dazu? Ja, wie stehe ich dazu? Im Prinzip eigentlich irrelevant, denn wie du auch schon sagst, so, wenn es in zehn Jahren soweit sein sollte, okay, dann hast du halt ein paar Bitcoin und dann ist das dein neue Euro, sagt dem Motto. Ja. Und im Endeffekt, ob das dann auch wirklich sozusagen in die Wirtschaft integriert werden muss, äh, kann, hängt dann im Endeffekt auch von der Regierung ab. Genau. Weil die muss das sozusagen ermöglichen, dass die Läden Bitcoin akzeptieren können und müssen. Weil, wie gesagt, wenn keiner Bitcoin akzeptiert, wo zahlst du dein Bitcoin? Wo gibst du das aus? Richtig. Richtig. Bei wem willst du dein Bitcoin eintauschen gegen was? Genau. Wenn keiner Bitcoin akzeptiert, dann funktioniert das ganze System nicht. Und deswegen müsste diese Infrastruktur erstmal geschaffen werden, so wie es in Elstabendor der Fall war. Da haben die es ja, glaube ich, sozusagen als Pflicht gemacht, dass jeder Laden sozusagen Bitcoin akzeptieren muss, das heißt, Karten, Lesegeräte oder sonstiges wurden erschaffen, Bitcoin-Wallets wurden erschaffen, das heißt, die ganze Infrastruktur wurde dazu gegeben. Mhm. Und das, wie gesagt, existiert halt hier nicht. Und das kann nur existieren, wenn der Staat sozusagen da unter die Arme greift. Und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, die ganzen Staaten und Banker und Länder sagen ja, die wollen ja ihre eigene Kryptowährung, also der elektronische Euro, elektronische Dollar, daran arbeiten die ja. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob die überhaupt Bitcoin da so mäßig integrieren wollen. Ja, genau. Deswegen, also es ist, denke ich, sage ich mal, ziemlich identisch, die Meinung dazu. Genau. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, um diese Thematik abzuschließen und um einfach nochmal so einen abschließenden Talk zu führen, würde ich dich fragen. Ja. Du bist einen gewissen Weg gegangen in deinem Leben. Du bist auch mittlerweile 27 Jahre alt. Ja. Und hast viele Etappen in deinem Leben durchlebt. Businesstechnisch und persönlich und so weiter. Hast wachsen müssen und so weiter und so fort. Du kannst den Leuten etwas mitgeben. Also du kannst den Leuten etwas sagen bzw. helfen. Was wäre etwas, was du den Leuten jetzt mitgeben würdest? Auf dem Weg nach vorne von deinen persönlichen Lessons. Deine persönlichen Lessons. Das ist eine sehr gute Frage. Und ja, ich glaube, es kommt im Prinzip auf zwei Kernpunkte an. Auf zwei Kernpunkte. Und das wäre natürlich einmal, das sagt man immer, gib niemals auf. Das ist natürlich ein No-Brainer nach dem Motto. Ja, safe. Das heißt, egal was man für Rückschläger leidet, egal was man für Plateaus erreicht, ja. Man muss immer weiter Gas geben nach dem Motto. Man muss, wenn es beispielsweise nicht weiter vorangeht, sich entweder weiterbilden. Einfach noch mehr Gas geben oder Sonstiges, damit man wirklich noch einen Step weitermachen kann, ja. Oder wenn man beispielsweise beziehungstechnisch, man wurde enttäuscht, man hat einen Freund verloren, dies und das. Auch da drüber hinwegsehen, es geht weiter. Das Leben geht immer weiter. Und dementsprechend entweder bleibst du auf dieser Etage, auf diesem Step stehen oder du entscheidest dich wirklich bewusst nach vorne zu gehen, um den nächsten Step zu machen, um selber auch zu growen als Person. Sozusagen diese Erfahrung als Lesson mitzunehmen, um dann halt zukünftig ein besserer Mensch daraus zu werden. Und das geht ja jetzt auch Hand in Hand über mit dem zweiten Kernaspekt und das ist, jeder ist seines Glückes Schmied, sage ich immer ganz gerne. Das heißt, jeder ist dafür verantwortlich, dass er mit sich selbst im Reinen ist und mit sich selber auch glücklich ist. Man darf sein Glücklichsein sozusagen nicht verantwortlich, diese Verantwortung darüber nicht jemand anderen geben. Das heißt, wenn du eine Freundin hast oder sonst was, musst du dein Glücklichsein nicht von ihr abhängig machen. Genau. Du musst selber mit dir im Reinen sein, dass du sagst, okay, ich als Person, ich als Mensch, ich bin glücklich, denn, wie gesagt, das, was mich ausmacht, ich stehe dazu, ich stehe zu meinen Worten und alles, ich ziehe durch. Und wie gesagt, ich könnte auch, sagen wir mal, bis ich 70 Jahre bin oder 100 Jahre bin, alleine sein, alleine, ich wäre glücklich, nach dem Motto. Und alles, was dazu hinzukommt, ist ein Add-on und das ist natürlich auch super geil. Wie gesagt, ich habe einen Freund, ich habe super Freunde und das ist natürlich alles eine Edition dazu. Genau. Aber im Endeffekt, wenn es darauf ankommt, ich sitze auch alleine, ich grinde alleine, wenn alles wegfällt, ich bin da und baller weiter. Und das ist die Sache. Und das muss halt, wie gesagt, jeder für sich selber realisieren. Denn, wie gesagt, man startet dieses neue Business mit seinem besten Freund. Man zieht durch, man gibt Gas und auf einmal slackt der. Auf einmal hört der auf oder er verrät dich oder irgendwas, was auch immer es ist. Ja. Ich glaube, irgendjemand, also man kann irgendwie mit so einer Situation relaten. Ja. Und dann ist es halt wichtig zu sagen, ja gut, wenn er halt wegfällt, dann mache ich trotzdem weiter. Und das ist, weil, wie gesagt, es gibt nichts anderes, es gibt keine andere Alternative. Es sei denn natürlich, man ist weak und man geht zurück zu seinem Job und blendet alles aus, was man auf dieser Journey so weit mitgenommen hat. Ja. Das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach unmöglich, weil du wirst immer nachts liegen und sagen, was wäre, wenn, was wäre, wenn, hätte ich durchgezogen, was und das, ne. Und, ja, das ist sozusagen mein Key Learning, warum ich überhaupt auch weitermache, warum ich auch hier bin. Denn, wie gesagt, ich hatte auch Setbacks, ich hatte auch Rückschläge, wo ich gesagt habe, holy shit, macht das Ganze noch Sinn. Wo ich abends langem wach lag und gedacht habe, alter, stehe ich morgen auf, such mir einen Job oder was? Ja, ja, natürlich. Aber, wie gesagt, man steht auf und sagt, fuck it, neuer Tag, neue Möglichkeit, let's go. Genau, weitergehen, weitergehen, einfach weitergehen. Ist auch so eine Sache, die ich mitgeben kann, beziehungsweise, die ich selber am eigenen Leib erfahren musste, ist, wie du schon gerade gesagt hast, jeder hat sein Glück geschmied, du hast auf einmal Freunde, Freundinnen, die dich auf einmal verlassen, jeder geht irgendwann mal, beziehungsweise, jeder bleibt irgendwann mal stehen, aber du darfst nicht stehen bleiben. Ich muss dir vorstellen, du gehst und auf dem Weg nach vorne grabst du immer Leute mit. So, auf einmal lernst du einen neuen kennen, einen neuen Business-Partner, eine neue Freundin oder einen neuen Freund werden als Frau und du gehst mit diesen Leuten und diese Leute bleiben irgendwann mal stehen. Aber willst du mit ihnen stehen bleiben? Das ist halt die Frage. Genau, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Genau. Willst du mit ihnen stehen bleiben? Ich bin niemals stehen geblieben. Genau. Bin nach vorne gegangen, ich habe Leute mitgenommen, die Leute sind stehen geblieben. Und genauso wie ich einen Pan auf meinen Weg getroffen habe, wie ich einen Tobi auf meinen Weg getroffen habe oder wem auch immer, diese Leute sind mit mir und die gehen auch immer noch. Werden diese Leute irgendwann stehen bleiben? Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Aber wenn es irgendwann mal so weit ist, dass die Leute sich dazu entscheiden, stehen zu bleiben, du beispielsweise oder jemand anders, ich gehe trotzdem weiter. Auf jeden Fall. So oder so. So, also ob mit dir oder ohne dich, ich gehe weiter. Genau. Brauchst dir gar keine Sorgen machen. Ich bleibe nicht mit dir stehen. Ich gehe weiter. So nach dem. Genau. Weißt du? Und das ist etwas, was man wirklich verinnerlichen muss, dass man selber dafür verantwortlich ist und nicht auf andere sich hundertprozentig verlassen kann. Man kann sich auf Leute verlassen für Momente und so weiter, aber nicht für das Leben. Du kannst nicht sagen so, wenn der macht, dann mache ich und wenn der nicht macht, mache ich nicht. So, was ist das für ein Waste? Und deswegen, Freunde, ich würde sagen, abschließende Worte. Versteht es. Geht so weit wie möglich. Geht euren eigenen Weg. Nehmt Leute auf dem Weg mit. Bleiben die stehen. Lasst sie stehen. Ihr geht trotzdem weiter. Trauert keinen Verlust hinterher. No emotional attachments. Ihr habt Fokus auf euch selbst. Ihr müsst so weit kommen wie möglich. Ihr werdet auf dem Weg nach vorne auch neue Leute treffen. Vielleicht sogar noch bessere Leute treffen. Weil mit den Leuten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, wie in einem Pano, Leute, solche hatte ich vorher nicht. Weil ich weitergegangen bin, weiter vorne angekommen bin und dann kamen diese Leute dazu und wir gehen immer noch weiter. Und in der Zukunft wird es vielleicht wieder so sein oder wir gehen für immer weiter und wir kriegen immer neue Leute dazu und bleiben immer eine Union, so gesehen, ein Team. Und es kommen nur noch Leute dazu, die aber etwas extern sind. Das weiß ich alles nicht. Das ist die Zukunft, die ist offen. Aber das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich gehe so weit wie möglich. Ich grinde und ich gebe Gas. Und nur deswegen sind wir letztendlich hier auf dieser Erde. Wie gesagt, Freunde. Ja, und dann hast du noch abschließende Worte? Ich glaube, soweit wurde alles gesagt. Ja. Im Endeffekt, man muss einfach durchziehen. Man muss einfach Gas geben. Egal, in welcher Situation du steckst. Irgendjemand war schon mal in derselben Situation und hat es auch geschafft. Also, warum nicht du? Und deswegen, gib Gas. Und ja. Richtig. Deswegen, Freunde. Kommentiert Podcast-Topics. Worüber sollen wir sprechen? Genau. Abonniert den Channel, damit ihr immer Bescheid wisst, wann neue Podcasts onkommen. Podcasts kommen jetzt bestmöglich jeden Donnerstag online. Jeden oder jeden zweiten Donnerstag. Und ja, würde ich einfach behaupten, Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Und wir sehen uns im nächsten Video.